Also ich bin die Susanne Berger, bin 39 Jahre alt, mittlerweile Mama einer 19-jährigen Tochter. Ja, und was habe ich vorher gemacht? Ich war 15 Jahre im Gesundheitswesen, war als Altenpflegerin unterwegs. Ja, und mein Problem war hauptsächlich, dass ich wenig Zeit für meine Familie gehabt habe. Ich habe ständig Tag- und Nachtdienste gehabt, habe ständig an Wochenenden gearbeitet und auch in der Ferienzeit. Und mein Problem war einfach wirklich die Zeit für mein Kind. Gleichzeitig hat sich aber das Gesundheitssystem verändert und die Zeit für die Menschen ist immer weniger geworden, aber die Medikamente immer mehr. Und ich habe mich dann nicht mehr wohlgefühlt und habe auch gemerkt, innerlich, es passt nicht mehr. Ich habe dann nach einer Lösung gesucht und habe 2015 dann Win und Forever kennengelernt. Forever mit den tollen Produkten. Meine Herausforderung war damals auch, dass ich figurlich ein Problem gehabt habe, denn ich habe Kleidergröße 44 gehabt. Also ich bin so richtig schön auseinandergegangen, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Schuppenflechte, Migräne, war ständig gereizt und einfach permanent müde. Und wie ich dann mit dem Clean 9 gestartet bin, hat sich das alles einfach schlagartig geändert. Ich habe mich dann binnen von sechs Monaten total wohl in meiner Haut gefühlt, habe ein neues Körpergefühl gehabt und gleichzeitig aber auch eine neue Karrieremöglichkeit. Durch Win und Forever hat sich das einfach so ergeben, dass ich die Produkte mit Begeisterung weiterempfohlen habe. Und die Leute, die die Produkte dann genauso genutzt haben wie ich, haben das Gleiche gemacht. Also haben auch die Produkte weiterempfohlen. Und wie ich dann nebenbei gleich viel verdient habe wie mein Hauptjob, habe ich dann gemerkt, dass das wirklich eine coole Möglichkeit ist. Mittlerweile bewege ich Menschen, dass sie fitter, gesünder und vitaler werden und kann ihnen auch diese Karrieremöglichkeit ganz, ganz nahe bringen. Durch das Win-System mit dem, was wir arbeiten, dass wir einfach unsere Schulungen haben und wissen, wie wir unser Business einfach stetig aufbauen können. Und ich freue mich jetzt dann auf jeden Neuen, der mit uns startet und mit uns einfach Gas gibt. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall.